Wäre mal der Bio, schöner Backscreen von Tyler Hero und dann der Alley auf James Harden, will ich schon sagen, alter Jimmy Butler. Was geht ab, Freunde? Das ist der Spielbericht zu Game 2 zwischen den Heat und den Sixers. Danke nochmal für eure Geduld. Wenn ihr jetzt noch am Start seid, seid ihr wirklich die wahren MVPs. Dieses Spiel war besser als gedacht. Ich hatte damit gerechnet, dass die Heat die Sixers komplett aus der Halle fegen würden und das ist halt bei 119 zu 103. Da denkt man eigentlich im Kopf schon automatisch, ja okay, waren 20 Punkte Blowout. Das sind 16 Punkte und diese 16 Punkte entstanden vor allem in den letzten paar Minuten des vierten Viertels. Die Sixers waren die meiste Zeit dran und wenn ich sage, sie waren dran, dann rede ich hier immer so von einem 6-Punkte-Rückstand, 8-Punkte-Rückstand. Im dritten Viertel war es lange irgendwie so 10, 12, 13 Punkte manchmal und dann waren sie echt nochmal im vierten Viertel lange Zeit auf 6 und 8 Punkte dran und dann in den entscheidenden paar Minuten haben dann die Heat mal kurz aufgedreht, hatten ein paar gute Aktionen. Die Sixers haben gar nichts mehr getroffen in diesem vierten Viertel und dann haben sie es halt am Ende gewonnen, also die Heat mit einem Abstand von 16 Punkten. Aber ich bin echt überrascht, dass die Sixers so gut in dem Spiel waren und meiner Meinung nach der Hauptgrund dafür war Tyrese Maxey. Also das kann man sich aus dem Boxscore relativ leicht herleiten, er hatte 34 Punkte, aber wir haben schon mal drüber geredet, dass es einen Unterschied gibt, ob du 34 Punkte machst oder ob du 34 Punkte machst. Du kannst deine Punkte einfach im Flow des Spiels machen, man bekommt sie nicht wirklich mit, man guckt am Ende auf den Statistikbogen und sagt, ah krass, der hatte 30. Oder du machst immer dann deine Punkte, wenn deine Mannschaft sie wirklich braucht, wenn man merkt, dass das Momentum sich gerade ändert. Wenn ihr vielleicht zurück seid mit fünf Punkten und jetzt kannst du diesen Rückstand entweder verkürzen auf zwei oder drei oder du wirfst daneben, es geht in die andere Richtung für die Heat, sie scoren und plötzlich bist du mit acht Punkten hinten. So solche Momente, finde ich, trifft Tyrese Maxey immer sehr, sehr gut. Einfach deswegen, weil er auch immer attackiert. Und das ist das Schöne an Maxey, der ist nicht wie James Harden, der wiederum eine ganz gute erste Halbzeit hatte und dann in der zweiten Halbzeit aber abtaucht, weil er möglicherweise einfach nicht genug Energie hat, nicht genug Kondition, nicht 100% fit ist. Wir wissen nicht, was mit ihm ist. Ich habe im letzten Spielbericht gesagt, ich erwarte gar nicht mehr, dass er Superstar-Leistungen zeigt. Es ist dann ein bisschen schwierig, wenn er in der ersten Halbzeit wirklich gut spielt und dann in der zweiten Halbzeit komplett untertaucht. Aber trotzdem erwarte ich jetzt von ihm einfach nicht vom ersten Viertel bis zum vierten Viertel ein sehr gutes Spiel. Das erwarte ich bei Leuten wie Jimmy Butler, bei Bam Adebayo, bei Tyler Hero, bei Victor Oladipo, die für die Heat wirklich sehr, sehr gut gespielt haben. Und insgesamt, wir gucken uns mal kurz die Quoten an. Also die Heat 50 aus dem Feld, 48 von der Dreierlinie, 80 von der Freibuflinie, haben die Sixers outrebounded, haben acht Assists mehr gespielt, waren insgesamt öfter an der Freibuflinie, haben die gleiche Anzahl Dreier fast genommen, haben aber sechs mehr getroffen. Und jetzt könnte man sagen, okay, viel besser können die Heat nicht spielen. Ich würde aber dagegen gehen. Ich finde, die Heat können sogar noch viel besser spielen. Und was ich gerade bei den Sixers so gelobt habe, dass sie, obwohl sie katastrophal geworfen haben, halt was hatte Danny Green, eins von sieben, eins von neun, Maxi hatte eins von vier, also wir reden gerade über Dreierquote, James Harden eins von fünf, Niang eins von drei, er hat einfach zehn Minuten gespielt und ist in diesen zehn Minuten ausgefault. Also die Sixers haben ja an sich jetzt nicht gut geworfen in diesem Spiel, überhaupt nicht. Und was ich jetzt sagen wollte, was mich bei den Heat so ein bisschen irritiert hat, weil sie normalerweise das besser machen, die haben nie wirklich dieses Spiel zugemacht. Die haben das die ganze Zeit so vor sich hin plätschern lassen, aber die hatten nicht diesen einen Run, wo sie dann mal vorne waren mit 15, 16 und das dann nicht mehr hergegeben haben. Das kam wirklich erst relativ am Ende oder in der Mitte des vierten Viertels. Und das gucken wir uns jetzt hier mal an. Philly ist hier hinten mit zehn Punkten, Tyrese Maxi hat den Ball in der Verteidigung gegen Oladipo, da kommt er natürlich vorbei, scort. So und das meine ich so, Maxi war immer da für solche Buckets und jetzt ist es halt nur eine Acht-Punkte-Führung bei einem Sixers-Team, das überhaupt nicht gut gespielt hat. Aber wenn ich hier gerade Oladipos Defense kritisiere oder angemerkt habe, dann muss ich auch einmal hier die von Maxi anmerken, weil er ist ein zu guter Athlet, als dass er da Oladipo einfach so vorbeilässt. Das ist zu einfach, meiner Meinung nach. Man hat aber auch hier ganz schön gesehen, auch wenn es natürlich ein Fastbreak war, was den Sixers so unglaublich fehlt, ist einfach dieser Spieler auf der Fünf, den sie einsetzen können. Schöner Alley hier auf Bam. Damit ging es dann so langsam los, dass die Heats sich abgesetzt haben und wirklich abgesetzt haben. Jetzt geht Hero hier einmal Baseline, findet Strews in der Corner, der trifft den Dreier und das Ganze wird dann getoppt. Ja genau, das Ganze wird dann hier getoppt. Achtung, Bermade-Bio, schöner Backscreen von Tyler Hero und dann der Alley auf James Harden, will ich schon sagen, alter Jimmy Butler. So und jetzt sind sie plus 15, also das ging dann, wie gesagt, relativ schnell im vierten Viertel. Fünftes Viertel, zu viel Podcast gehört. Nee, aber das hat relativ lange gedauert. Also dafür, dass die Sixers so schlecht geworfen haben und die Heat auf der anderen Seite so gut geworfen haben, finde ich, hätte man das Game insgesamt schneller zumachen können. Und ich glaube, sie hätten auch gerne das Spiel schneller zugemacht, weil Spolstra hat danach selber in der PK gesagt, also der Head Coach von den Miami Heat, Eric Spolstra, hat danach gesagt, ey, es ist so schwer, in den Playoffs zu gewinnen. Und ich glaube, das ist auch den Heat, weil die hatten ja diese Serie gegen die Hawks, wo sie ähnlich dominant ausgesehen haben in den ersten beiden Spielen. Und dann müsste es auch Spiel 3 gewesen sein, oder dass sie dann verloren haben. Und ich hatte auch so ein bisschen, ich will nicht sagen Mitleid, aber ich konnte auf jeden Fall verstehen, warum die Heat in diesem Spiel dann, dass sie verloren haben gegen die Hawks, auch einfach nicht die gleiche Intensität bringen konnten, weil sie halt schon 2-0, ja, sie haben 2-0 geführt. Die haben nicht 3-0 geführt gegen die Hawks, glaube ich. Nee, die haben 2-0 geführt gegen die Hawks und haben dann Spiel 3 meiner Meinung nach verloren. Und du merkst es einfach. Bei den Heat ist es so, sie wissen, sie sind das überlegenere Team. Sie wissen, sie sind zu Hause. Die können da eigentlich so gut wie nicht verlieren. Die Sixers treffen sowieso nichts, haben kaum eine Offense. James Harden ist in der zweiten Halbzeit meistens unbrauchbar. Und Joel Embiid ist nicht da. Also wissen die darum, dass sie dieses Team locker besiegen können. Und Shoutout an Depot. Depot hatte 30 Punkte in dem Game. Richtig stark. Nee, sorry. Damn it. Er hatte seinen 30. Geburtstag. Er hatte irgendwie 18 oder 19 Punkte von der Bank, genauso wie Tyler Hero. Er hatte keine 30. Er wurde 30. So, und das respektiere ich an Maxi, dass er da nicht aufgeben wollte. Es hat relativ gedauert, bis die Garbage-Time-Player eingewechselt wurden. Also die Sixers haben noch so ein bisschen dran geglaubt. Aber sobald sie irgendwie versuchen, über Bam Adebayo zu gehen, dann haben die Sixers keine Chance mehr. Also weder mit Andre Jordan, noch mit Paul Reed, noch mit Tobias, wenn sie ihn auf die fünf stellen. Bam ist gerade zu sehr am fiesten in dieser Sixers-Defense. Und es wird sich auch nicht ändern, bis Joel zurückkommt. Aber ganz ehrlich, wenn Joel in Game 3 zurückkommt, was im Moment ein großes Fragezeichen ist, dann spielt Joel natürlich trotzdem auch super angeschlagen. Und er hat dann diese Verletzung und er wird Schmerzen haben und er wird natürlich immer Angst haben und am Korb das an Ellenbogen abbekommt. Und Gott bewahre, er kriegt mal einen Schlag auf die Maske. Was meint ihr, wie weh das tut bei dem gebrochenen Knochen da in seiner Augenhöhle? Selbst mit Embiid wird das eine sehr, sehr krasse Mammutaufgabe. Ja, Tyler Hero haben jetzt nicht drüber geredet. War sehr gut, auch wenn er hier den Turnover hat. Das war ein sehr, sehr dummes Foul von ihm. Und das meine ich irgendwie. Du musst ein bisschen schlauer spielen. Schau mal, jetzt ist das ein Ten-Point-Game. Klar, eine Minute to go. So, das werden die Sixers nicht holen. Aber gegen ein gutes Team würde ich mich nicht sicher fühlen. Eine Minute vor Ende mit zehn Punkten Unterschied. Ey, D-Wade und Gabby Union. Aber okay, ich sollte auch nicht zu kritisch jetzt mit Miami sein. Die haben das gemacht, was sie tun sollten, nämlich ihre beiden Heimspiele gewinnen. Joel Embiid spielt nicht. Dementsprechend sollten sie erst recht gewinnen. Das haben sie gemacht. Sie hatten gute Games. Ihre Stars haben performt. Sie haben nicht diesen einen Superstar, der sie trägt, sondern die Mannschaft ist der Star. Das System ist der Star. Und damit funktioniert das Ganze eigentlich sehr, sehr gut. Sie haben die Hawks beeindruckend geschlagen. Jetzt schlagen sie gerade beeindruckend die Sixers. Wobei ich finde, man hätte in Game 2 echt ein bisschen besser spielen können. Ich habe keine Ahnung, was wir erwarten können für Spiel 3. Weder wissen wir im Moment, ob Embiid spielen wird, noch wissen wir, wie die Sixers-Fans auf ihre eigenen Spieler reagieren werden, wenn die nicht so gut performen in der eigenen Halle. Das haben wir dieses Jahr leider auch schon gesehen. Ich habe keine Ahnung, was für einen James Harden wir kriegen. Kriegen wir den ersten Halbzeit James Harden, der eigentlich gut funktioniert, der ein guter Playmaker ist, der auch scoren kann? Oder kriegen wir den aus der zweiten Halbzeit, wo du immer merkst, okay, da ist keine Power mehr, der kommt nicht wirklich zum Ring. Wenn er zum Ring kommt, wird er meistens geblockt, bekommt die Fouls nicht wirklich. Also er ist dann nicht mehr er selbst und das ist einfach sehr merkwürdig, einen einst so übertalentierten Scorer zu sehen, dass er nicht mehr die Dinge machen kann, für die er berühmt wurde und die man halt kennt einfach, wenn man ihn sieht auf dem Feld. Aber es ist so und jetzt liegt es eigentlich meiner Meinung nach an den Heat, diese Serie einfach zuzumachen, indem sie Spiel 3 gewinnen. Sollte ihnen das gelingen, kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, dass die Sixers davon zurückkommen, also nicht mal in einem Spiel 4. Ich glaube, die Serie wäre dann einfach durch. Es wäre dann der Sweep mit dem 4-0. Aber das sind gerade so viele Fragezeichen, so viele What-ifs. Deswegen will ich gar nicht so groß jetzt die ganze Zeit spekulieren, sondern einfach nur noch mal Danke sagen, dass ihr gewartet habt auf die Spielberichte. Heute ausnahmsweise sehr, sehr spät. Aber wir haben es noch im gleichen Tag gehalten, da bin ich sehr froh drüber. Also wie gesagt, wahrscheinlich so 23 Uhr hoffe ich, dass das Ding bei euch ist. Morgen sind keine Spiele, dementsprechend auch keine Videos hier auf dem Kanal, aber dann am Samstag sind wieder Spiele, also von Freitag auf Samstag. Und dann bekommt ihr am Samstag auch wieder ganz normal zu den ganz normalen Uhrzeiten die Spielberichte. Danke euch fürs Zuschauen, Leute. Haut rein. Peace.